Ich hab mittlerweile dann sogar Angst vor Teppichen, ne? Da kann ja auch was drunter liegen. Ja, ne Triggerplate. Wenn man was auslöst. Solltest du auch haben. Diese komischen Pakete, die ich gekauft habe, die spielen genau mit dem Scheiß. Ätzend. Triggerplates, Landminen, so ne Sachen. Bäh. Bärenfallen, ne? Ist aber ganz geil, ist ganz interessant halt. So Larifari. Wollt schon sagen, du. Ja, wenn ich da reingehe, ist auf jeden Fall noch ein Auto Turret. Das andere wird mich enttäuschen. Öfen. Obens Werkbank und Ofen. Da könnte schon der TC sein. Hallo. Unten hinter den Öfen. Meine Fresse, du. Ist da nochmal eine Werkbank 3? Was ist das denn, ey? Ach, deswegen komme ich da nicht hin. Kiste, Loka. Das ist eine komische Base. Also da ist ja schon sein ganzer Loot, ey. Nicht ein Auto Turret, oder ne? Ja, da oben. Das ist ein Laser. Und hier irgendwo oben. Kann ich da unten erst nochmal eins? Okay, das ist schon dumm gebaut. Behaupte ich jetzt frech. Also wie ich sehe, ist hier drüber ein Auto Turret. Einfach von der anderen Seite wahrscheinlich. Können wir wahrscheinlich sogar einfach leer... Da ist nochmal eine Werkbank 3. Was ist denn hier los, Alter? Das ist die, die du von unten gesehen hast. Glaube ich. Hier ist eine. Ja. Ja, ist ja wurscht. Na ja, gut. Ich gehe jetzt erstmal das Garagentor hier weg. Ähm. Und dann gucken wir mal, ob wir die gezogen kriegen, die Autotrans. Oh. Das ist der Plan. Also du kannst ja durchgucken, ne? Aber leer ziehen könntest du das nicht, ne? Nein, das hat ein Garagentor. Ne, ne. Das geht nicht. Ich mag den Skin unheimlich gerne. Aha. Schmack lässt sich nicht streiten, wa? Kai, wen servus. Ja, guck, wir sollten jetzt nicht sterben. Dann nehmen wir gleich schon mal ein zweites mehr. Jetzt können wir nur einen Garagentor wegnehmen. Oh, Mann. Ähm. Sagt er in seinem jugendischen Leichtsinn. Da hat ne Birne. Wat ne Birne. Ich glaube, ich mach das auch weg. So. Jetzt könnte es natürlich sein, dass sich das schon ein Autostrad auf uns schießt. Schießt! Da muss ich noch. Oh, Mai, das ist die Öffeln, ne? Ja, das ist halt super nervig. Wenn du mit Delete-Org spielst, ist das halt immer... Gehen her, her, hin. Na gut, dann gucken wir mal, wo wir das Auto-Tourette jetzt sehen. Okay, beide sind mal ganz oben durch. Okay, das ist schon pervers. Du bist ein Zeichen, das ist besser als du. Junge, kannst du mal da rauskommen? Na gut, dann können wir ja mal eben wegmachen. Oder ansonsten muss ich rein-roggen. Mal gucken, ob die durchfliegen. Here we go. Absolut, 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 absolut. Let's wrap it up so... Entschuldigung. Mm-hm. So. Da ist ein Auto zu retten. Eins ist da. Eins ist da oben irgendwo. Und einen ziehe ich auf dem Dreieck, wie es aussieht. Auf dem Dreieck könnten wir leer ziehen, aber dazu muss ich erstmal die wegkriegen da hinten. Dazu muss ich aber erstmal die Gefängnistür wegkriegen. Ich werde mich bestimmt selber wegkriegen. Untertitelung des ZDF, 2020 Ok! Ei, ei, ei Wo? Loot? Loot ist genug da Müssen wir erstmal drankommen Ok! 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 Gehst du noch oder was? So, jetzt haben wir die beiden schon mal weg Das steht irgendwo hinter der Kiste da Ach, das sind die von oben, ne? Die bei diesen Treppen stehen Wow! Ok! 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 Oh, rotze, alter Na gut, die Rockets sind auch okay Ruhig, 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 ruhig Ok! Dann wird da wahrscheinlich ich nochmal eins hinter sein. Kann ich natürlich, ja können wir erstmal die Dingens wegmachen mit Rockets. Was hat hier auf mich geschossen? Wahrscheinlich dahinter. Aber das können wir ja auch mal kurz hier gegen schicken. Na gut, da haben wir nochmal denselben Mist. Ganz wichtig, nur eine dritte Werkbank 3. Ja, soll ich doch. Ähm... Sechs, ja acht, ja acht. Mal so und mal so. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, acht. Okay. Vielen Dank. Ich wusste, dass ich morgen auch noch nicht kogte. Wild, wild, wild. Na ja, ich muss erstmal den hier wegmachen. Wenn der weg ist, kann ich ein bisschen rüber und kann den holen. Ja, ich muss erstmal den wegmachen, aber ich muss erstmal den wegmachen. Da sieht man so aus, ne? Wer lebt noch? Das macht ihr da nicht richtig, ja. KOLLEGE! Oh, das ist schon mal eine Zeug hier, ey, ey. Oh, das ist schon mal. Gut. Jetzt sollten wir nur noch maximal eins haben, ne? Zwei hier irgendwo. Ne, zwei, da hinten ist auch noch mal eine Nase. I'll to Betty, ey. Nervig. Guck mal hier, die ist schon eine Kiste durchpacken. Wow. Äh... Da ist auch noch eins. Leck, mein Arsch, Alter. Und ich hebe Scheiße auf, mhm. Da ist zugemüllt mit Scheiß. Und die Tourette hier, ey. Leck meine Füße. Vielleicht würdest du noch mal tauchen gehen. So, wie krieg ich die jetzt weg, ey? Gute Frage, oder? Kannst du, ähm, wenn ich erstmal, ähm, mit dem Bauplan Twig setzen, damit die dich nicht sehen? Ne. Und dann... Okay. Ich dachte, es geht. Sind Gefängnistüme, also wie soll ich da irgendwas vorsetzen? Ich meine, oben an der Decke. Dann müsste ich das komplett zu machen, ja. Ich gucke mich ja auch nicht weiter. Ich gucke mich ja auch nicht an den Mut. Ja, schieß mich durch den Boden kaputt, oder was? Hä? Hä? Ich hätte nichts sagen sollen. Lächerlich. Lächerlich. Aber richtig gerade. Wird ein Airdropi, ey. Ich dachte, er hätte dir in den Rücken geschossen, dass hinter dir eins war. War kein Sinn da mehr. Ich weiß nicht, wie scheiße das heißt, die Tür auf ist. Da sind die wahrscheinlich die scheiß Autoturids, die da in den Dingern stehen. Ei, 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 ei. Junge, was ist? Kannst du ja wieder nicht hier vorbei, oder was? Hat alles noch was, ey? Ja, gut. Hier drinnen wird sein TC sein, ja. In diesem Kern. Unser Main. Ja. Ich kann nochmal versuchen, da ringsherum zwick zu setzen. Oder ich rock da einfach rein, ey. Fall da doch einfach da rein, du willst das Zeug doch eh loswerden. Ja, ich nehme 84. Ich mach da einfach 84 rein. Oh, das könnten halbe Wände sein, ne? Hast du einen Hammer dabei, dann siehst du das doch eigentlich. Oh, das hat der Boden noch, ne? Ja, das sind halbe Wände, da steht ja die Kiste so hoch. Ach, komm, da nehme ich doch Rockets, ey. Dann nehmen wir doch Rockets, macht mehr Sinn. Das war's. Und es hat Bumm gemacht. Das war's. 10 Jahre später... Das mit dir hat auch nochmal ein Auto-Turred drin. Loll. Okay, das ist verarsche, ey. Ei, 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 ei. Das ist mehr als frech. Ja, das ist, wie es aussieht, nur sein Gang nach oben. Und so eine Kiste hier gut verarschen. Ja, das war's. Wie die Öfen sind. Ja, das war's. Ja, das war's. Nee, wo ist das, Alter? Ist das von oben oder von da unten, ey? Oh, das ist ein Scientist, wa? No more shotgun trap. Junge. 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 Ich habe Feuer gemacht. Die Shotgun-Trap steht immer noch, oder was? Er steht auch noch, Alter, eiskalt. Er ist irgendwo festgepackt, da. Guck, dass du den Kühlschrank wegmachst. Dann gib mir das. Ist doch kein Problem, wenn ich Shotgun-Trap da weg ist, kann ich den da pushen. Aber so kann ich halt nicht hin. Ach komm, Junge, willst du mich jetzt zu Arschen oder was? Er ist da, ne? Ah, nervig. Okay. 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 Hallo? Das ist heller. Das ist heller. Das ist heller. bipp 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 reicht noch niemals oder was bipp 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 mhm, da ist ein Bindes Okay, das hilft, dass ein Menü sein, ja. Diese verkackte Shotgun-Tweb hat mich vorhin gecashed, ey. Ja, da will ich noch ein Tessie sein. Ja, bestimmt hier hinter ist Tessie, da ist Not. So, jetzt mach ich aber erst hier. Nö, sonst mach ich den Tessie vielleicht, da ist schon Außersehen mit weg. Und jetzt mach ich den Tessie. Wild, wild, wild hier alles. Hast du irgendwas Sprengkraftmäßiges? Das ist hier nicht so, wa? Bestimmt wieder irgendwo in einer popeligen kleinen Kiste. Ja, mit Sicherheit. Irgendwo in irgendeinem Pissraum. Irgendeine Pisskiste. So, wenn wir Pech haben, ist da nochmal eine hinter, ne? Ohne Tür. Wahrscheinlich ist der Tessie genau hinter der Wand, wo auf dem Bild TV steht. Das wäre jetzt dann die nächste... Dann wäre er jetzt, ja. Es kann aber sein, dass er hier ist. Oh, da kann ein Reiter, werde ich nur eine Tür sein jetzt. Wie sieht man denn Tessie doch, oder was ist das? Ja, da noch mit Fenstern, ja. Ganz toller Typ. Ganz toller Typ. So, wir haben aber noch 63 Loot hier. So, ist natürlich nicht im Tessie drin, oder? So, das Fenster braucht. Construction. Wie in Force-Glas-Window ist das eigentlich nicht. Das ist Panzerglas. Das ist Armored. Obwohl, ne. Ne, das ist Panzerglas-Fenster. Ne, ich glaube, das ist das ganz normale. Der Rahmen ist nur aus Haiku. Ja. Trotzdem zwei C4. Ja, das ist immer teuer. Gönne. Na ja, aber da wird ja kein C4 oder sowas drin sein. In dem Bauschrank. Ich glaube, oben war noch irgendwo ein Loka oder sowas, ne. Es kann sein, dass es da ist. Ja, ja. Oben ist halt noch geiler Shit. Irgendwelchen Tessie auch noch nicht weg machen. Okay, das ist da bei den Öfen. Ja, das nützt nichts. Ich muss da oben weiter, ey. Mal gucken, wie wir das jetzt am besten angehen. Mal gucken, wie wir das jetzt anziehen. Ja, ja, ist doch gut, Alter, von wo denn bitte? Okay, das könnte ich mit Sprengladung wegmachen, ja. Könnte, muss nicht, aber try it. Alter, du kleiner. Gehen die mir auf für Eier, ey, Junge, Junge. Kann sich keiner ausmalen. Gehen die mir auf einmal. Gehen die mir auf. Gehen die mir auf. Gehen die mir auf. Wer lebt jetzt noch? Dann haben wir gerade aus Nummer 2, ne? Was ist das hier? Natürlich. Na gut, dann stimmt bald was. Klebst da drauf auch nicht. Dann bleiben wir bei den Rucker ziehen. Fällig, aus, Mickey, aus. Gehen die mir auf. Untertitelung des ZDF, 2020 Nee, nee, nee. Langsam wird's eng hier mit der High-Felocity-Rockets, Alter. Ja, nee. Ich weiß auch nicht, warum ich nur drei mitgenommen hab. Wie mutig die Satchel sich da festhält, ey. Ja, die save's ab. Nehmen wir nochmal zwei normale mit. Aber ich baue Gefängnistüren an. So, wir müssen jetzt auf jeden Fall... Ja gut, da ist das Ding halt noch vor. Ah, du Kleines. Alter, ich will dich eigentlich auch aufnehmen. Oder geh halt hoch, damit du weg bist, ey. Okay. Mein Auto-Trade, ich sollte jetzt nochmal da sein. Aber ich seh grad keinen Laser mehr. Boah, haben wir alle, oder was? Sieht so aus, ne? Gehen wir doch mal loschern. Ich höre auch keins. Da soll ich ja noch eins. Wahrscheinlich das Ganze auf dem Dach. Hm, kann gut sein. Nein. Ich muss mal loschern. Ich muss mal loschern. Ja. Ich kann mich auch nach oben. Ich hab's nicht noch mal loschern. Ich muss mal bis zum Dach. Ich habe das Bindelge. Ich komme ja schon nach oben. Ich bin ja schon mal loschern. Ich will allchern. Und ich kann mich doch nicht mehr loschern. Na ja. Was? 30 Rockets? Ach ja. Komm ich bring das erstmal rum. War der Luca, ne? Hm, ich denke. Ich denke. Ich sollte irgendwie stacken hier. Warum sind die überall Fackeln drinne? Machen wir mal den Scheiß eigentlich mit hier. Schrotflinter. Du meine Bogelt, Alter. Kann ich auch ein Waffel nicht haben. Kann ich auch ein Attachments hier. Na ja, ich frage mich gerade, wo noch 63 Loot sein sollen. Ich weiß nicht, ich glaube die Anzeige ist auch buggy oder was. Es müsste ja eigentlich weniger werden, wenn du was rausnimmst. Nee, weil die schon kaputt sind. Das zählt halt nur für Behälter. Der 20 T4, Alter. Ja, kann man mal machen. Das zählt halt nur für Behälter oder wie sowas. Die Öfen und sowas. Ja, wer weiß. Wer weiß, was neu im TC ist, ne? Ja, gut, aber... Alle 63 Loot-Dinger. Ja. Ey, das ist ja nur die Tür zum Dach. Geh doch hoch, ey. Ach hier. Ach hier, guck mal. Das ist auch die Kiste, die ich gesehen habe. Also es könnte sein, dass da noch ein Auto-Thread steht, oder? Kein Holz mit, ey. Na gut, aber dann sind wir jetzt fast durch. Da sind wir fast durch komplett. Da braucht man auch keinen Menschen, ey. Da braucht man wahrscheinlich auch keine Karte. Da brauchen wir wahrscheinlich auch nicht mehr. Säcken natürlich auch nicht. Das einzig Interessante wäre jetzt halt noch ganz oben. Aber da könnte ich ja auch rein, wenn wir den TC wegmachen. Da kann ich hier auf jeden Fall rein. Die haben jetzt mal alle weg, ja. Oh, okay. Haben wir das noch und oben auf dem Dach. Aber die können wir ignorieren. Das soll uns ja nicht poppen. Okay, ich mach den TC jetzt weg. Weil dann geht die Shotgun-Trap da hinten nicht los. Ja. So, machen wir's. Oder warte ich, bis hell wird. Aber 17 Uhr, ne? Das dauert zu lange. Das dauert zu lange, ey. Wo hat denn der eigentlich Strom her? Hm, das brauchst du glaube ich gar nicht bei den Basen, bin mir nicht sicher. Also die komischen, die neu sind, die haben alle einen Generator stehen. Mhm. Und den kannst du auch aufnehmen, das hab ich so eingestellt. Weil das geht nur auf, also ab, äh, Medium. Ne, ab Hard, Hard, Expert und Nightmare. Falls da ein Generator steht, kann man den aufnehmen. Ja, aber ich hab da noch nicht einen gesehen. Und über irgendwas, weiß ich nicht, die Sam-Sites und alles, das kann ja nicht über einen Generator laufen. Das heißt, du machst einen Generator kaputt und kein Auto-Torrid schießt mehr, weil kein Strom da ist. ... ... ... auch hier habe ich auch noch lange lassen das ist ja jetzt wird es auch weniger jetzt wird es auch weniger ja mal geht es mit dem Zonings-Women tt 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 Bis auf den Scrap hatten wir da schon bessere Ausbeute. Ja, also 20C34 hochwärts und so war schon nicht schlecht. Ja, das ist richtig. Ich meinte jetzt auf den TC bezogen. Aber wer weiß, was da oben noch in den Kisten ist. Da gehen wir ja jetzt durchschauen, ne? Wenn da 37 Stacks Raketen sind, ist das auch okay. Da muss schon Glück haben, dass da jetzt noch mal irgendwie rocket-mäßig was ist. Ja, du verstehst aber auch nicht hier Boom verfeuern, wie das funktioniert. Ja, hallo, wenn ich hier... Ja. Wenn das hier ist... Du hängst an jedem Schuss Explo-Moon. Ja. Als wenn das eine Niere von dir wäre. Ja, ist es auch. Es ist halt so, wenn man... Wenn man ein uralter Rustler ist. Dann ist das so. Ja. Ja. Oh, wir kommen hier nicht rein. Ja, oder was ich denn? Bumms. Ah, hey. Bitte schießen Sie nicht. so 17 gut sein sollen was ich auch nicht vielleicht unter einer werkbank noch eine kleine kiste oder so zumindest nichts gesehen konntest du auf die eine den zugreifen stand die nicht mit dem rücken zu dir oder vertue ich mich da jetzt sind du besser schon einmal rumgelaufen die oben durch die wand guckte was ist So, ist hier noch Mr. Autotraiser? Na ja, da geht es halt weiter nach oben. Hallo? Ja, das verstehe ich halt nicht, dieses Gummeln hier. Ja, gut, wir könnten hier nochmal durch. Das wäre das einzige, wo ich jetzt noch sehe, wo irgendwas sein könnte. Oder halt unten in diesen Räumen, aber da? Ja, hinter der Eingangstür oder so. Ja, das fühle ich nicht. Du kannst ja einfach mal die Werkbunker aufnehmen. Die zählen bestimmt auch ein Reizblut. Ja, hier können wir auch noch rein. Ja, genau. Das meinte ich, vielleicht ist dahinter halt noch. Ja, da ist ein bisschen Expo-Moment. Da ist halt auch noch ein Ofen, ne? Oder drei Stück. Das ist bestimmt der geile Schick. Ja, ganz bestimmt. Ich denke auch. Ja, da sind wir schon wieder. Was ist schon fast da mal, oder? Okidoki? Soviel dazu. Ich versteh dich nicht, wenn ich schieße. Ach, das waren die von der anderen Seite. Ja, sonst haben wir nur noch diese Pissräume hier. Aber da sehe ich auch nicht wirklich eine Kiste. Ja. Ne. 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 Und ne. Ne. Oben ist ja noch der Raum, den mach ich jetzt nochmal auf. Wir wollen das Zeug ja eh verballern, habe ich gerade gehört. Richtig. Soja. Wahrscheinlich sind da auch wieder mehr Türen wie diese eine. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Wir kommen zum Dach. Ja, wir werden sehen. Ah, da geht's dann zum Dach hoch. Wo noch Mr. Autotreat wartet. Genau gerade aus, die Sau. Ja, I don't know. Irgendwo wird noch eine Kiste sein mit Loot, aber... Ja, aber ganz ehrlich, dann sind da quasi nicht 17 Knochenmesser drin oder was? Ja, wahrscheinlich, ja. Das ist Nonsens. Du kannst ja einfach die Werkbänke mitnehmen und dann fertig. Ja. Keine Ahnung, um sie zu haben. Aber es kann ja auch sein, dass zum Beispiel die Öfen, wenn du die aufnimmst, dass die auch noch als Loot gelten. Ja, das mag ich nicht. Ich muss mal ausprobieren. Das ist natürlich schon geil, wenn man die looten kann. Das ist ja auch keine Loot, das ist ja so Pickup-Dinger. Mach mal oben in dem Sack da, der da oben noch lag. Mach den mal komplett leer. Aber du sagst es ja auch, das zählt nicht, ne? Nee, nee, Säcke zählt nicht. Ist das noch irgendwo eine Kiste oder ein Loot oder sowas? Aber wo, Alter? Ja. Ist auch wurscht. Vielleicht doch hinter der ersten Tür oder was, aber drauf geschissen. Drauf geschissen, ne? Ja, du hast ja Raketen rausgeholt, C4, Explomoon, was soll da noch drin sein? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Hast du das schön gemacht? Ja, es war auf jeden Fall nicht umsonst, dass ich oben erstmal die Autotrettes weggemacht hatte am Anfang. Das ist richtig. Aber hat das schon pervers gebaut auf jeden Fall. Also innen auf jeden Fall. Ein paar krasse Winkel gehabt, die scheiß Dinger. Okay, elf. Aber guck mal. Wie kann das ja... Ich habe so viel da jetzt rausgenommen. Wie kann da jetzt noch elf Loot da sein? Also die Anzeige ist definitiv buggy. Hast du nicht sechs Sachen rausgeschmissen? Das ist alles, was hier liegt. Ja, 17 minus sechs sind elf. Das war eine Reihe in der Kiste. Okay. Okay, okay. Dann habe ich nichts gesagt, ja. Eigentlich könnte man hier auch noch so viel mit mir. Eigentlich könnte man so viel noch machen. Abfahrt. Jetzt können wir keinen anderen kaufen, weil der noch da ist. Richtig? Richtig. Wie lange ist der Scheiß noch da? Vier Minuten und ich glaube dann hast du erst mal 45 Minuten cooldown. Ne, 30 Minuten aber nur auf diese Art vom Base. Wenn ich da jetzt eine Extreme kaufe. Um so eine Scheiße loszuwerden, dann... Ich dachte das war Extreme. Ja, das war aber es gibt ja noch Nightmare. Ja, viel Spaß. Ja, da rocke ich einfach rein.